Schakalaka. Indien ist der letzte große, unerschlossene Markt. Wieso hupen hier alle? Jasso, Jasso. Wir glauben, wir könnten es schaffen, aus einem Cricket-Bowler einen Baseball-Pitcher zu machen. Schaffen Sie es. Sicher? Eine amerikanische Firma hofft, einen Cricket-Spieler zu finden, der einen sehr schnellen Ball werfen kann. Yee-ba-chuka, yee-ba-chuka. Das Potenzial dieser Sache ist echt riesig. Spüren Sie irgendwas, Ray? Ich spüre definitiv etwas. Ich denke, es ist das Essen von gestern. Man sagt, der Mann hat Saft. Was? Sie wollen Saft? Hol ich Ihnen! JB, die Jungs, die haben diese Träume nicht. Also ändert sich ihr Leben von Grund auf. Und für sie ist es eine große Verantwortung. Diese Sache, diese Jungs, an ihrem Erfolg hängt wirklich viel dran. Ich sehe nur ungern diese Seite an dir. Welche Seite ist das? Die Seite, bei der der Deal vor allem anderen steht. Vielleicht bin ich eben so. Vielleicht? Ich hoffe nicht. Hey, Jungs, kommt. Ein bisschen Spaß haben. Hey, Brüder. Ich sehe meinen Traum in euch beiden. Okay, Jungs. Haut sie um. Und ich bin echt, wenn ihr seid. Ich er loin bei mir. Vielen Dank.